Ich vergesst was ich gesagt hab. Komm schon. Bist du hinten. Aber jetzt Jan schnell. Ich hab die Venom. Digga. Die wir bei Alpengeist auch hatten. So jetzt erst mal Juggerne. Jetzt fühl ich mich sehr viel sicherer. Ich hab schon was dickste Kloß. Zack. Ne auch Juggerne. Blink mal der Teleporter. Achso ja warte. Da, 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 da. Hier ist einfach noch einer. Hä? Was? Warum werde ich teleportiert? Ich bin einfach... Teleporter kühlt ab. Loll. Loll. Halt. Ja du hast mich hierher teleportiert ja. Aber das Ding ist weiter auf. Nein Nick. Aber ich bin doch hier. Ja ist ja nicht schlimm. Ich kann ja hier zu euch teleportieren. Ne warte. Wir kommen gerade zurück. Alles einsteigen. Komm Nick. Bus bauen. Okay. 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 So. Dann müssen wir die Teleporter verlinken noch. Ja toll. Alter. Oh. Alter. Der schwarze Weg geht hier weiter übrigens. Ah. Hast du aufgekauft? Lauf die 2500 an? Ja. Und ich laufe gerade mit dem Zombies. Spawnen sie gerade nach. Hinter dir. Ach du Scheiße. Boah der Nachbar im Zombies spawnen einfach in mir. Bloody des Todes. Ja ach du da kommen ganz viele Zombies. Ja gut. Obwohl dann auf einem. Macht das schon. Ah ich spawn auch noch ne? Ne jetzt gerade nicht. Ah mann. Ich sollte in die andere Richtung rennen. So. Hast du schon was gefunden auf dem anderen Weg? Ich bin jetzt gerade angekommen. Und was ist da? Kann ich aber nicht sagen. Container. Neue Kusses hier. Mhm. Bist es hier sonst nichts. Okay. Der Container. Kann ja alles sein hier. Vielleicht schon. Ja. Der ist bloß von Afghanistan. Kann ich nicht mehr leben. Äh ne Kusses. Weißt du. Ich hab halt keine Munnie meiner Stoner. Ich hab nur ne Sniper. Und. Ich war bloody. Und muss die Mets los geben. Um zu überlegen. Boah tschüss. Ich. Nein. Null. Das Leben mit der Raygun. Nur ohne PHD. Hey Nico. Hier sind wir. Warte. Ich schütze. Okay. Ich lebe. Aber nicht mehr lange. Okay. 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 Da ist der Jack. Und hier ist die Tür wo man durchgehen kann. Ja. Echt? Ja. Oh. Ach das. Oh. Ey ist das gewollt? Ist hier irgendwas? Ne. Nichts. Kann man sich verstecken. Die Tür stehe. Oh. Lol. Oh. Was war das? Ich bin einfach instant down gegangen. Was zur Hölle Alter. Ich komm gleich zu euch. Ich hab immer nur gesehen wie ihr down geht. Wohin müssen wir jetzt? Ja ich bin grad wieder zu euch zurück gekommen. Ich hab doch gar nichts. Hä? Warte mal. Hä? Hä? Warte mal zu überlegen. Achso hier muss ich so lang laufen. Nein. Lass mich nicht zurück. Ich hab doch nichts. Oh. Ne. Das war nicht richtig. Oh. Nico Nico Nico. Nein. Oh Gott alter. Wow. Was wow. Ich hab mich grad teleportiert mit dem Bus und bin dann in voll viele Zombies reingekommen. Oh ja ist jetzt. Ich hab die Kiste gefunden. Nice. So wie komm ich jetzt zu euch noch? Ja warte mal. Ich hab keinen Plan. Ich steig einfach mal ein. Hey. Hier ist die Kiste. Ja. Bei mir ist der nicht. Okay. Oh Gott. Ich schau mal ein bisschen. Du bist ein Dätchen linken. Ja dann link mal. Jetzt hab ich mich da umgeschossen. Haben wir einen holen? Ja. Äh. Nick. Bist du da? Ja. Ich bin bei ihm. Let's go. Ich muss nur grad mit. Ich hab. Ich hab Raygun. Ich dachte es wär eben Stuckl. Ich bin so ein Depp. Ey was du liegst au. Oh Gott. Leute. Ich hatte doch Raygun. Ich muss erstmal zu euch kommen. Ey ich hab gar nichts ne. Ich hab noch nicht mal Jugger. Jetzt hab ich mega gefällt. Aber mega. Oh mein Gott. Ich geb ich sogar zu, dass du gefällt hast. Schieß mit deiner Raygun. Schieß aber schieß mit Gott. Oh. Wie haben wir das in ihm geschafft? Die Jüpfer mit Gott. Alter. Huh. Ganz knappes Ding. Das war erstmal Jug. Ja. Richtig. Erstmal Jug, Alter. So jetzt verlinkt. Geht irgendwer rüber auf die andere Seite wie einem Teleporter. Ja ich geh mal aus. Jetzt zeigen. Anfangsraum soll ich gehen ne? Ja ja. Wir kennen. Ja. Bin da. Schieß. Schießt. Schießt. Lenkt den mal. Jo. Oh Alter ohne Double Tap. Die sind halt jetzt schon so schwach die Waffen die ich hab. Ja. Geht mir auch so. So. Das gelingt. Oh. Was ist hier passiert? Ich hab keine Ahnung. Ist das immer Backquatch offen? Jetzt ist es aber wirklich ins Tag. Ja. Okay. Sind wir schon mal einen Schritt weiter. Junge. Diese Map hat es auf jeden Fall ein bisschen in sich. Ja. Ja. Aber sie ist halt Tora Survival. Ja. Auf jeden Fall. Alter. So. Ist das mit Double Tap noch dazu? Ich wollte auch noch mal nach da hinten schauen. Okay. So. Hier ist doch noch ein Häuschen. Mit einer Telefonzelle. Mit einer Telefonzelle. Moin. Ist es da? Da gehst du noch weiter? Oder ne. Von da ist man gekommen ne? Ich glaube ja. Locked. Ja. Wir haben auf jeden Fall noch die 15.000er Ananas zu kaufen. Oh. Mark II. Das gefällt mir schon besser. Die teuerste Ananas der Welt. So kann ich das Video aneinander clickbait. Ach komm. Ich teleportier mich mal wieder weg. Mama. Ich hab grad ne H1 zu 5000 gekauft. So. Was waren noch mal die ganzen Sachen? Activate. Teleport. Irgendwie sowas. Ich glaub wir müssen jetzt erstmal 15.000 zusammensparen. Für die Ananas. Wir müssen ja jetzt ein Zombie. Und dann müssen wir die Ananas kaufen. Ja ja. Wir werden jetzt erstmal auf jeden Fall klauen. Das ist so bescheuert. Er blockt einfach die ganze Zeit ey. Ja wo ist denn der Zombie? Den hab ich gegessen. Er lässt ihn eigentlich hier die ganze Zeit ein fahren. Das höre ich auch nicht schon die ganze Zeit. Hä? Ist der Zombie irgendwie verbuggt oder so? Der ist bestimmt drüben. Vielleicht ist der irgendwo in dem dunklen Ding hängen geblieben. Ich geh mal. Ich versuche. Ach da sind sie ja. Ja. So. Bisschen sparen jetzt ne. Bisschen sparen ist der Plan. Heute bin ich ein richtiger Rappkönig. Du hast wohl eher einen Clown gefrühstückt. Ja. Ja. Wie will ich punchen. Das ist so gut, dass ich so nimble auf meinen Feen bin. Du willst das ja? Ja. Wir haben aber keinen guten Spawn, ey. So, wer zuerst 15.000 hat, gewinnt. Ui. Der Nick ist auch wieder da. Ihr frisst Granate. Nein. Es ist immer wieder dasselbe, ne? Da, wo ich bin, sind keine Zombies. Ich sehe nur die ganze Zeit so, wie er Punkte macht ohne Ende, Alter. Ich stehe hier. Jetzt bauen sie. Jetzt bauen sie. Ja, ähm, ähm, äh, was? Hä? Was? Hä? Was? Don't you dare touch me. Wie liegst du? Ähm, na ja. Ja. Ich muss dir mal was zeigen. In den ersten Räumen liege ich. Okay. Kann man dich auch holen? Das sieht so. Ja. Hä? Oder wie du hast, ich denke, hä? Wo bin ich? Ne, du bist in den ersten Räumen. Du liegst hier. ich muss dir mal kurz was zeigen ja ich weiß da kannst du durchlaufen das habe ich eben schon ganz am anfang herausgefunden ich habe es nicht gesehen und auch nicht gehört und mal way to my 15.000 points naja wo sind denn die zombies ja aber nico und wir sind so 23 vielleicht ja wir haben gar keine ein nico ist richtig so hat sein alter der der dreh die bock die ananas zu kaufen ist das hier ich kaufe dann nach der die aus gesehen ja der hat die bock auf anderen als die sextiere aber brudus na wer das vergnügen bestimmt wir ja da kommt direkt wieder fluchtigere regenmusik da kommt direkt wieder freude auf ja 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 ich sehe ich sehe es Die Beben erdet, richtig. Ja, ich versuch's mal. Gleich. Ja, der ist als Wind verkehlt. Oh ja. Oh nein. Das war grad geil. Schütz mich. Boah. Uh. Ganz knappes Ding, Alter. Ganz knappes Ding.